Hallöchen, Pflanzenfreunde, willkommen zurück zu Pflanzen gegen Zombies. In der heutigen Folge werden wir was ganz cooles machen. Wir werden nämlich die Zombotanik 2 machen. Und ich denke mal, wir machen Drache, dass Dr. Zomboss fertig machen. Dann haben wir nämlich die ganzen Minispiele durch. Was ich vorhin gemerkt habe, ich bin auszusehen auf Überleben gekommen und habe ich gesehen, oh Gott, Hilfe. Überlebensmodus hat auch noch mal elf Dinger. Aber die werden wir alle den Leisten machen, zum letzten Mal solche Sätze. Ich werde dich nerven, ihr wisst ja alle Bescheid. Aber bevor wir Zombotanik 2 machen, werde ich erstmal hier im Laden, was kaufe ich. Ihr seht schon, ich spiele das Spiel immer wieder, ich fahre immer ganz viel Geld immer wieder. Immer wieder, immer wieder. Wir werden uns heute das Kätzchen, ja, den Katzenschwanz holen. Ja, Katzenschweib. Den holen wir uns heute und dann werden wir in Zombotanik 2... Die werden wir benutzt, okay? Oder sie, ich weiß es nicht. Katzenschwanz greift beliebige Reihen an und schießt Ballonzogis ab. Ja. Die hier, die schießen einfach in alle Richtungen. Die schießen ihre Schwänzchen, sag ich mal, so rum, die Stacheln schießen. Ja, wer ist, krieg sie hin, komm. Ich labere nicht in den Eisenbrei herum. Äh, was können wir noch benutzen? Ich würde sagen, den, den. Nicht so, dass würde ich gerade in einem Video gucken, was die da alles mitgenommen hat. Nein, 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 natürlich nicht. Ja, dann können wir noch die benutzen. So, das ist mir nicht richtig schwer, ja, weil die haben nämlich den hier, das, ich hab's noch nicht gekauft, aber das ist einfach, der, das ist einfach der Duklinator, nur dass er anstatt doppelt schießt, schießt er vier oder fünf macht. Die haben hier so einen, das ist der so schützt wie der, oh gosh. Viel, viel mehr von den Normalos. So ein, das heißt, wenn direkt neben ihm irgendeine Pflanze ist, dann macht der Brigitte Suizid, mach Allahou, Bakbarou. Alles ist Backbomit, Alou macht er, und dann ist meine Pflanze kaputt. Deshalb am besten irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, so eine Sonnenblume direkt vor ihm stellen. Und der hier, da bin ich mir nicht genau sicher, wie man den besiegt. Doch, aber wir fangen jetzt mal an, ohne ganz zu sabern, ja. So, diese Folge kommt wahrscheinlich viel, viel später, als ich die aufnehme. Jetzt, wo ich das aufnehme, habe ich noch vier weitere Folgen. Was mache ich denn hier nur? Keine Ahnung, ich habe einfach Bock aufzunehmen. Okay, lasst mich. So. Da kommt schon der erste. Was wir jetzt machen werden, ist den hier hinpacken. Und dann weitermachen. So. Die hier, den Katzen-Schmarrn, können wir einfach auf so eine Riesi-Rosenplatte packen. Dann haben wir so ein kleines Kätzchen. Eigentlich wollte ich dir erst später holen, aber ich weiß auch nicht. Ich finde die einfach mega cool, diese Teile. So, ich habe auch gar nicht genug für die. Ach, da kommt schon der nächste. Dann gibt mir genug. Hallo, ich will nichts geben hier. Hier haben wir gar nichts geben, das gibt es nicht. Dann haben wir gleich genug für ein Katzen-Schwäntchen. Ich empfehle euch, den zu holen. Der hier ist richtig cool. Und kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, ne? Doch. Ich könnte einen nur jedem empfehlen. Der ist halt echt mega cool. Kommt so einer, hau einfach ab. Niemand braucht dich. Oh nein. Was war ich denn da? Äh, äh, Schutz. Da kommt da unten noch mal einer. Ja, dann pack ich hier nochmal was hin. Was mache ich hier? Ich bin mir nicht ganz sicher, als ich gesagt. So, das sollte passen. Dann packen wir, äh, ja doch. So, ich bin mir nicht sicher, was ich hier mache. Ich habe nur so wenig geguckt. Wie andere Leute das, so wollen wir auf YouTube oder was auch immer machen. Und so machen das die Leute. Und wenn das die Leute so machen, dann meint die sich nach. Äh, das ist mir Spaß, aber. Dann mache ich das halt auch nach. Jo. Dann pack ich hier so eine Doppelblume hin. Seht ihr das hier unten? Seht ihr das da unten? Diesen Kack da unten. Ja, der wird verreckt, der da unten. Der hier. Ich kann nicht so schnell aufladen. Nee. Oder warte, wir hören uns anders. Sehr. Ja, nice. Okay. Bist du schon am Naschen? Oh nein, vielleicht war das noch nicht so gut klingt. Ups. Was? Ey, 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 ey. Kacke. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass er unten schon da kommt. Dann muss er jetzt einfach gleich ersaufen. Ja. Dann wird er gleich ersaufen müssen. So. Packen. Hier nochmal eine Kartoffelmine hin. Obwohl wir die so lange... Oh, verdammt. Weiß nicht, ob das so lange aushält. Mann. Ich muss mal aufpassen hier. Ich bin ja komplett blind. Kacke. Ja, geht da. Bäm. Ist er da unten? Röchten wir auch mal wieder. So ein am besten. Ist schon sehr stressig, muss ich sagen. Aber sind ja die Modi bis da mittlerweile immer. Oh Mann, die sind so schön. Die Spinner nehme ich gerne an. Schmerzensgeld. So, zack. So, Katzenschwänze pack ich da mal hin. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Aber ihr seht ja, was sie macht. Die schießt. Die kann auch nach da schießen. So, aber erstmal so sollte der weg. So, und jetzt noch zu dem. Genau. Ihr seht's ja, was er macht. So, wo hab ich irgendwas übersehen? Nirgends, oder? Aber da kann der eigentlich nach hinten schießen? So zurück? Das weiß ich gar nicht. Das muss fest, würde ich gerne mal wissen. So. Sieht schon mal gut aus. Oh nein. Wisst ihr was? Das geht so nicht klappt. Bäm. Nein, da unten. Was? Meine Katze ist geschoben. Meine arme Katze ist tot. Ey, jetzt noch ein Joggen, ne? Ööö. Kacke, das ist alles. Ist alles verrückt. Dann muss ich da jetzt warten. Weiß ich nicht. Was mach ich da jetzt? Okay, jetzt bin ich ein wenig. Unter Stress. Ein wenig. So, hau' mal ab, du. Den Kist jetzt nicht. Nein, halt, stopp. Okay. So. Kasselschwänzchen, Pinder. Fucken, du. Genau, das habt ihr gesehen, da unten. Oh, ey, ist so viel los auf einmal. Ich kann nicht auf alles auf einmal achten. Wisst ihr? Das ist nicht einfach, Mann. Oh. Scheiße. Äh. Das wird zupfen. Ja, das wird passen. Äh. Hau' du bitte ab. Hau' einfach ab. Nein. Hör' auf. Oh, nein. Okay, der ist down. Oh, der. Oh, Kacke. Das gibt es doch echt nicht, oder? Hier unten. Sieh dir das. Was ist denn das für ein Müll? Bitte, nein. Hilfe. Ah. Ich kann mich auch nicht so zentrieren hier. Komm, Katzenschwänzchen, wir wollen hier gewinnen. Oh, bitte, schaffe ich das jetzt? Das wäre sonst sehr, sehr kacke, wenn ich es nicht schaffen würde. Konzentriere ich auf den, genau. Dankeschön. Aber dann mache ich Leben nicht weg. Den braucht jemand. So. Ich packe da jetzt einen hin. Höh? Warte, was ist gerade passiert? Achso, da hat er nur Damage gemacht? Nein, schnell. Ja, okay, gut. Das überlebt er noch, oder? Dann kannst du schmerzen, oder? Wait. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Kommt direkt. Ja. Gott. Nein. Oh, wenn jetzt... Oh, ich glaube, wenn er einmal irgendwie frisst oder so. Dann fängt er sofort an auszurasten und direkt zu explodieren. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Aber ich glaube, ungefähr so funktioniert, Tigers. So, lass uns erst mal ab, mein Freund. So, der wird schon sterben. Der wird schon sterben. Hm? Was war das gerade? Ist das noch rückgelt? Äh, nein, nein. Äh, so. Ich packe jetzt so einen Schutz hin. Und hoffen wir, dass das... Klar, bitte. Dann machen wir da jetzt einen hin. Dann wird es super. Und schön. Hau ab. Langweiler. Du nervst. Genug Sonnenergie haben wir doch jetzt für alles, ja? Du hörst auf damit. So. Nein! Ich wollte den woanders entpürgen. Jetzt habe ich wieder warten. Oh Gott, nein. Stimmt der Stress. Wo, wo baut jemand was ab, ne? Bauen wir ab, ja. Ja, genau. Oh Mann. Du spielst so viel mein Kopf, wenn. Was ist das? Ich habe es nicht gegessen. Ich sehe es nicht. Ich habe es nicht gemerkt. Nope. Oh, das ist ein Kack. Ernst, Junge? Ja, ich bin jetzt mehr. Hm. My gosh. Ach, toll. Oh Mann. Ja, keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll. Ehrlich nicht. Mach den weg. So, den schaffst du doch, oder? Komm, das schaffst du. Und nicht der. Nein. Alles weg. Ich liebe dieses Spiel. Überhaupt nicht so blöd, die Situation. Nein, sie ist super und komplett normal. Also, wenn es in diesem Spiel ist, sowas komplett normal. Lalalalalalalala. Bitte hau ab. Eigt der? Glaubt nicht, oder? Oh mein Gott. Vielleicht kann ich hier doch noch verteidigen. Oh je. Das wäre natürlich toll. Könnte ich hier so einen noch hinpacken? Komm, ladet schnell auf. Nein. Nicht verrecken, Leute. Oh nein. Da muss ich auch gleich drauf achten. Das mache ich aber erst gleich jetzt. Oder noch nicht. So. Okay. Du machst ab. Hier packt man sowas hin. Passt. Okay. Na 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 na. 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 Hau bitte hau ab. Oh mein gosh. Okay. Wie lange nehmen wir schon auf? Warte was? Ups. Sorry, guys. Ich dachte, irgendwas wäre am Längen. Dass die Folge dann nicht mehr so schöne FPS haben kann. Aber anscheinend hat mich immer erst doch nur geprankt, alter. Guter Prank auf jeden Fall. Hab ich. Ich hab den abgekauft. Wollen wir wie auch immer? Äh, hier wird's ein wenig schwer. Äh, was machen wir da? Wollen wir noch gleich mit so ein paar Katzenfettchen nochmal hinpacken? Oh, kann der bitte abhauen? Oh nein. So, zack. So, ich kann nicht auf alles achten. Also, ich weiß nicht, ob hier irgendwo noch was ist. Was ich übersehen habe, was zum Teufel. Und ja, ich hatte recht, so funktioniert da. Bitte hau einfach ab. Ich will dich nicht nochmal sehen. Jetzt hab ich hier oben nichts. 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 Ja, dann musst du doch nicht da drauf treten, du. So. Zack, zack. Okay. Was können wir noch machen? Hm, nicht viel. Können wir hier nochmal hinpacken? Und ansonsten? Müssen wir warten. Aber jetzt kommt die letzte Welle, Leute. Letzte Welle. Ole, ole, ole. Bam, bam, bam. Zack. Hau ab. Okay. Oh, Leute, ist das sogar noch verreckt? Yo. Die Runde geht hier. Es geht ja alles viel länger, als ich dachte. Es ist ein bisschen blöd. Ich hoffe, wir können doch recht einen Endboss machen. Der Midi Games Endboss. Weiß weiß ich. Was es für immer ist. Mit 2-Beschutz-Kauz. So, weißt du was? Du bist langweilig. Hau ab. Du ebenso. So, knappe noch mal noch mehr dran. Oder so. Dann haben wir es gesagt. Bum. Okay. Wir haben da nur... Ich war da nur... ...zucker 15 Minuten geboren. Es geht ja noch. Loll. So, Rache. Das zockt. Ich mach hier grad kurz. Katz. Ich muss mal ganz kurz, äh, aufs Geschäfchen. Und, äh, ja, dann, äh, äh, hoffentlich schaffe ich das. Oh Gott. Also nicht aufs Geschäf, ich meine, das ist ebenso, was ich meine. Oh mein Gott. Rache des Dr. Zombors. Ich bin gespannt. Ein Secret-Finale? Ah, was? Kein Sound? Hallo? Ist das nochmal so? Oh. Aus irgendeinem Grund, das wäre wieder dieses eine Mini-Gear mit den ganzen Reihen so. Oh, das war so gelackt gerade hier. So, da kommt noch einer. So, dann wird die Folge mal wieder lang. Aber ist mir jetzt wirklich auch egal. Da habt ihr jetzt Pech. Lol. müsste ich eigentlich das passt hier machen wir die unnötigen würde ich sagen ab jetzt das macht glaube ich mehr sinn als was ich hier mache ja ja komm her komm eine attacke feuerball was ist du langweiler mit mir aufnehmen bis von gestern oder bei mir ist gerade ein wenig laut auf den ordnen ich hoffe ich dann nicht so ich bin mir sicher wie lange wir für diesen kampf brauchen ich hoffe nicht allzu lang wie lange braucht er denn noch im leben hat der eis war ok dankeschön da können wir noch ein hinpacken ja was dann mache ich das sogar ich gönne einfach mal ja nicht so einer bitte einfach ab bam bam ja so einer ja ist mir so egal wie noch mal ein paar tüpfel packen bisher ist es nicht schwieriger aber ich halte immer mein wohl weil sonst kriege ich wieder aufs mull ja genau hey du keck was willst du was macht er jetzt feuer habe ich damit eigentlich auch was ich habe ich hoffe nicht habe wir sehen ja das geht ziemlich schnell glaube ich ja gut das sind keine wichtigen die hat so ist mir egal doch ich gucke es nicht nach das wollte ich nicht machen aber okay halt stopp noch mal so ein park hier noch mal den parkern pass wieder alles sie alle schon wieder besser aus direkt einfach explodiert das ist jetzt kacke aber kann ich das ändern nee kann ich nicht ändern bitte lass es bitte bitte lass es oh man das machen das war ich nicht so richtig das war richtig so was gemacht hat nein wie ärgerlich sorry guys ich bin einfach ein kacke hier an dem gegen das spiel nein aber das war ja echt kacke von mir wirklich so jetzt gemacht wow nein in meinem blumentopf kaputt gemacht du schändling das geht doch nicht es ist ein ernst das waren nur melonen an jeder war noch andere aber trotzdem das waren melonen meine saftige melonen ich bin eine saftige melone nein nein hau ab das war dumm IQ von 200 400 mal nicht 500 20.000 mindestens halt stopp halt stopp was soll das hier was soll das werden was soll das werden hier ok interessant was soll das hier werden oh mein gott ich weiß gar nicht was hier los geht ok seht ihr jetzt geht es los jetzt kommt der echte horror was soll ich jetzt machen ich weiß nicht was ich machen soll hier müssen noch einen hinpacken ach gosh weg mit dir komm ok 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 kacke ich krieg so nen hals vor euch ey so nen hals ey hau ab es war so klar dass jetzt den keck zuschickt aber das überlebt ihr nicht was halt mal hier abstand von mir halt stopp so geht das hier aber nicht schnell ich hab keine Ahnung was ich jetzt machen soll oh gott vollgewirr echt lang ähm hier nochmal so einen hinpacken ja hm ja nicht so schlimm so du keck halt mal abstand hier bam jetzt war's down ah ne sieht nur so aus aber trotzdem nicht mehr viel leben hat da so nennts freck ach nicht mal lang das kann man schaffen das kann man gut schaffen nur hier oben ist halt sehr gefährlich jetzt ja wow das tut mich jetzt echt nicht ja rip me lohne aber ansonsten nicht wirklich so schlimm schätze ich mal äh heia heia so halt stopp halt stopp ach das stoppt die gar nicht das macht die nur langsamer uff hey fett maul was willst du denn hier bam denkst du doch nicht das machen oder denkst du das wirklich oh gosh bam warte 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 nicht die melone warum die melone warum ausgerechnet die melone so und noch so ein verrückter klopter da auch noch einer ja melone kann nie genug saftige melone haben ja weg mit euch ach da traut er sich wieder zu kommen war nochmal hier bam ich habe jetzt richtig drauf er soll jetzt endlich verrecken der tue bam war das hier bleibs hier stehen jetzt können wir ihn angreifen bam 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 wir müssen noch einmal warten einmal noch warten ok ok doch viel viel länger als ich darf das so wie dafür mache ich mal die nächsten folgen 15 minuten oder so die nächsten zwei folgen vielleicht oder so weiß ich ich möchte das so ausgleichen ich halte jede folge zocker 20 minuten ist da kann das immer so zählen jede drei folgen die sind so eine stunde wissen was ich meine weiß nicht das ist glaube ich besser so au ab du sollst vor allem mal paunen weil niemand dich mag niemand dich leiden kann ich habe gesagt hau ab weg mit dir so kacke da haben wir nichts wir haben nichts zum angreifen hier jetzt sowas oh dankeschön aber das könnt ihr mir auch gerne in meine kommentare schreiben ich muss endlich mal aufhören hier vor aufzunehmen ich habe schon ich habe immer noch so viele folgen jetzt noch ha gosh so das ist ein ende mein freund bam geh sterben hör auf geh sterben bam 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 yes bam selbst wenn du dich rächen willst hast du keine chance gegen mich das ich weiß nicht was graus ski verdient super graus 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 super graus ski super graus graus super graus alle 20 bin ich mir wirklich abgeschlossen jah 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 jah